Wir sprechen diesmal mit Senikas Teamchef Markus Adau. Markus, wir wissen ja, was das Team für Probleme hat. Und wir hoffen alle, dass Jume sich gut erholt. Aber ist das nicht sinnlos, jetzt noch weiter zu machen? Was sollen wir an diesem Punkt denn sonst machen? Aufgeben? Das liegt mir nicht und das schiebt auch nicht. Unsere 22 sich erheben so wenig und erst recht nicht Jume. Senika wirft nicht das Handtuch, weil es hart wird. Was für eine Entschlossenheit. Viel Glück auf der Strecke heute. Geht einfach alles. Konzentrier dich auf das Rennen und versuch Punkte zu holen. Sonst können wir nichts machen. Nicht aufgeben. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. quinze, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020